Ich bin Marek Jenufi. Ich bin hier immer noch auf dem Landesparteitag der Freien Demokraten in Duisburg. Neben mir steht Professor Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Und ich habe eine Frage zum Thema Klimaschutz. Welche Partei, denken Sie, hat denn die besten Ideen zum Thema Klimaschutz? Ja, die FDP, weil die FDP auf Innovation setzt und weil die FDP auf eine klare Ordnungspolitik setzt, auf einen Rechtsrahmen, der Anreize dafür schafft, dass Menschen und Unternehmen die jeweils beste Technologie auch nutzen, damit Klimaziele wirksam erreicht werden können. Es gibt den Beweis auch dafür. Wir sehen ja, dass die Energiewirtschaft und die Industrie am besten vorankommen bei der Erreichung der nationalen Klimaziele. Warum? Weil diese Bereiche in der Europäischen Union seit Jahren eingebunden sind in den CO2-Zertifikatehandel. Da funktioniert die Anpassung. Die anderen Sektoren sind davon bislang noch ausgenommen. Wir wollen das ändern. Wir wollen, dass auch dort mit Hilfe des Zertifikatehandels ein einheitliches Regime gilt, was es dann erlaubt, dass wir auch die Sektoren, die wir haben, also Mobilität, Wärme und Strom besser miteinander verbinden können. Und dann bauen wir auf Innovation. Wir setzen auch die Digitalisierung sehr gezielt ein, um Klimafortschritte erzielen zu können, Treibhausgasemissionen gezielt auch reduzieren zu können. Und das ist das, was in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten vielfach viel zu kurz kam in Deutschland, weil wir eine sehr stark ideologisch getriebene Klimapolitik hatten, die sehr stark auch dadurch bestimmt war, dass wir erst eine Anti-Atomkraftbewegung hatten. Und die hat natürlich dazu geführt, dass wir klimafreundliche Kernenergieanlagen durch klimafreundliche Erneuerbare ersetzt haben. Aber unterm Strich hat Deutschland wenig an CO2 eingespart. Das müssen wir ändern. Wir müssen von einer ideologisch geleiteten Klimapolitik zu einer Innovation und vernunftgeleiteten Klimapolitik kommen. Und da ist die FDP aus meiner Sicht die Partei, die die besten Vorschläge hat. Und gerade hier auf dem Parteitag haben wir auch uns das Ziel vorgenommen, einen solchen vernunftgeleiteten, auch global ausgerichteten Klimaschutz ins Grundgesetz zu verankern. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft, dass die Liberalen dort mit den besseren Ideen am Markt sind. Das war Professor Pinkwart zum Thema Klimaschutz. Vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr.